Liebe Jazzfreunde und Zuschauer unserer musikalischen Trickkiste, wie Sie sicherlich schon gehört haben, ist Ihnen auch nicht entgangen, dass es Ihnen aufgefallen ist. Darum und nicht desto weniger wird gleichsam das Tourette-Pop-Trio-Knorkel in Kürze für Sie aufspielen. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein bisschen staubig, finde ich. Gar nicht altbacken, aber oft intellektuell verbremt. Ähnlich wie Bötenpapier, nur nicht so aristokratisch. Ein bisschen wie braune Soße, noch nicht so bürgerlich. Erinnert teilweise an einen Dreiteiler und das ist auch gar kein Problem. Doch die Bewegungen, wenn Jazzmusiker tanzen und die Verrenkungen im Solo und das Gesicht zum Hohen, als ja die Bewegungen vergeben all die guten Chancen auf die Popularität des ersten Jazz. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.